Musik Moin Äh Mario World 2M Mit Strich oben, dann wollen wir mal gucken 100 Punkte, Maddy Aber so richtig, was ist das überhaupt für ne Musik Die ist gruselig Nochmal Äh, nimm mal mit Hoch, 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 hoch Beweg dich Kann ich hier drauf landen? Yoshi, du Lachsnacken Danke Friss Dann wollen wir mal Tja, lief doch Ich entscheide mich jetzt mal mit reinen Gewissens gegen die Blume weil ich glaube dass es hier besser ist mit so nem Turban rum zu eimern Was ist das für ne Mucke? Uts, 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 uts Okay, naja, ich hab nochmal nachgeguckt Dieser Hack soll sage und schreibe 40 Exits haben Das heißt, wir haben's fast geschafft Steht da zumindest 40 Exits und 3 Millionen Slowdowns Danach möchte ich euch auch nicht mehr mit so hochqualitativen Shit hier beglückwünschen Sondern ich hätte eigentlich wieder Bock mal irgendwie da so ein Blödsinn aus der Waiting to be moderated Sektion zu spielen Ja, das ist Ich weiß auch nicht warum Aber Es ist Es ist immer lustig, finde Ich hab irgendwo vergessen Wo meine Schlüssel lagen Also Den Switch Palace Ich glaube, den klemmen wir uns komplett Das macht das Ganze auch nochmal Was soll wir tun mit dem drunken Sailor? Oinkie 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 Okay Ran an den Speck Hier ist der Pilz Ein schönes Glas Pilz Das ist perfekt Jetzt ein Yoshi Und zwei so Feders Weil die eine ja wieder verschlöppelt wird Von dem Spiel Und das mich nicht mag Ich find's aber mal erfrischend, dass das Interface ein bisschen kleiner ist Und das Versperrt Sonst den Blick fürs Wesentliche Oh, er hier in der Mitte ist in den Arsch Hier, guck mal Yoshi Mach mich halt verrückt hier Bist du gut drin, ne? Bist du ein Profi Ei Ei, 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 Herr Kapitän So eine Seefahrt macht das Leben scheiße Jetzt bin ich wieder ohne Yoshi unterwegs Ich will den Yoshi Das kann ich nicht Hier mit einem Schwänzlichen so schleudern und so Ihr sitzt wieder vom Witz Yeah, hey, hey, what's what she's at? Man, die hat gesagt, Schwänzlichen schleudern Das hat geklappt Ei, 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 bin ich gut Heute ist mal wieder bekloppt Ich weiß Ich hab heute eine ganze Flasche Cola hinter Und ich muss auch noch einkaufen Es ist Samstag, 17.17 Ich müsste eigentlich noch mal los Aber Wieder zu isst du auf den Samstag Kennt ihr doch, hat ihr keinen Bock? Samstag, geht ja dann an Samstag Sorry, this is where the game ends But don't worry I will complete this world in the next release Thanks for playing Oi, oi, oi Und nicht mehr alles hier Uptown girl De, 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 de Wo ist denn jetzt hier? Was soll der Rotz? Ich muss jetzt eigentlich noch das hier machen Aber das kann ich nicht machen Weil hier ist ja oben rechts mein Supercoin-Signal angebeschaut Und dann kann ich das nicht nur machen Weil ich krieg die Münzen nicht mehr Ich kann es ja mal versuchen Ob wir jetzt trotz alledem Jetzt noch mal ein Exit Freyschalten können Keine Ahnung Guck mal Hi Utschi, utschi You have to find the eight Dragon Balls In order to Blalalalalala Mein Name ist Son Goku Und ich gehöre aus Transilvanien verbrannt Weil ich hab da eine Katze gefressen Wow Yes 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 Gehen wir mal hier lang Hast wahrscheinlich nichts anderes als das vorherige Hallo Bin der Mario Oh Gott, das ist so grausam hier Ich esse diese Welt nur ein bisschen, ne Dann muss ich gleich mal mit dem Sicherheits-Safe-State arbeiten Weil dieses ständige Auf und Ab hier So gerade Fläche geht noch Aber pass auf hier Oh, jetzt fühl ich mich wieder hart Das geht auch noch Super gesaved Perfekt Besonders Schmackig Ich gehöre mal ein Yoshi Stimmt, beim letzten Mal hatte ich nen Yoshi Aber den hatte ich Ach geil, ich brauchste nen Yoshi Ah, Plottwist Yoshi ist von Nöten Äh Phrase ihn Yeah, Baby Und jetzt volles Metabbracen hier Uah 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 Mann, bin ich schnell Ja, gleich ein Geschwindigkeits-Rekord hier aufgestellt Extra Leben Extra Leben Dich auch noch weggefletscht Was mach ich jetzt mit dem Rest der Zeit Hier so Knödels essen oder was Nein Lass mich in Ruhe hier Ich bin ein Ich hab doch nur ne Nase Ja, auch Wir sind Yoshi Stimmt, Yoshi ist ja tot hier Ich will keinen Toten Yoshi Toter Yoshi ist ein schlechter Yoshi So, das schäfe ich schon mal hier Oh, jawoll Da krieg ich jetzt schon wieder mein Modell Warum verlangsamt das immer? Wai Oh Gott Guck mal hier Zählen wir mal hier Achtung, jetzt kriegst du die Runde Oh Die sagen zwar Ich soll mich einfach nur Komm, wir machen einfach nur so Einmal nur gucken Ja Wird schon irgendwie laufen Ich drück keinen Knopf mehr Ja Achtung Oh Das läuft ja tatsächlich Aber Ja, genau Da hab ich nämlich immer auf die Fresse gekriegt Ich hab das doch Na Ey Dann holen wir uns nochmal den 50er hier Ne, doch nicht Scheiße Ja, guck mal Das kann man nicht spielen Ist vorbei Ist Ende Also da haben die uns jetzt einen richtig dicken Riegel vorgeschoben Kann ich leider nicht mehr machen Kann ich leider nicht mehr machen Ist so ein bisschen doof Gelaufen Na 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 Dann gehen wir mal runter Wo ist denn jetzt der Green Switch Palace? Oder haben sie den auch noch nicht reingebaut hier? Na 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 Welt 9 Das ist ja eigentlich schon schön hingemalt Aber da kann man ja nicht hin Oh, wartet mal Mir ist was eingefallen Ha Ah, guck mal, das geht ja noch Huiuiui Das hätte ja keiner vergessen Wahrscheinlich steht jetzt hier Nee, das ist nicht World 1 Irgendwel Oh, geil Was steht hier? Willkommen zu diesem speziellen Welt Wo die Macht, um alle Welt zu erreichen Ist an deinen Fingertippen Aber du musst jeden Weg selbst unlocken Und dann mach ich das doch mal Bin ja hier ein fleißiger, ne? Ach, geil So ein Yoshi, ne? Mann, Yoshi! Kommst in ne Wurst, wenn ich hier fertig bin Aber die bewerfen mich hier schon mit Äpfeln, ne? Super Coins! Irgendwie kenn ich den Level hier Oh ja Und los geht's Ding, 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 ding Ich glaube, das ist aus Smash Brothers Kann das sein? Ist das so? Ich glaube, da hab ich das mal gehört Ding, ding, ihr beide noch Theoretisch könnte man hier komplett mit dem Stern durchrennen Oder man lässt es Noch einer Ding, 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 ding Ah, guck mal hier Da werden die Extraleben ausgeschüttet Glückshormone bis der Puma furt Und zack Und nochmal Ne, doch nicht Was soll das? Every area in the special world is ruled by a certain entity or person To proceed to the next level in this world Du musst mit ihren Bedürfnissen Ja, ist Pfff Ah! Komm mal Ja, ist gut Mach das eben ohne Run against the bunny Töte den Hasen Das ist bestimmt Der aus Hier Ritter der Kokosnuss Ist er Das ist auch die gleiche Mucke Die lief doch auch Äh Naja Äh Äh Das finde ich aber super Ach, er braucht ein Möhrchen Wo ist er denn? Oh Gott, der gibt ja Gas hier Achso, wenn er Möhrchen frisst, bin ich natürlich tot Das ist natürlich klar Das ist wie ein Butterfly-Effekt Wenn ein Hasen Möhrchen frisst, dann ist Mario mit dem Storben Das ist einfach so Ach, ja What shall we do with a drunken Metty? What shall we do? So was Oh, das Candy Mountain hier Perfekt Ach, ja Das sind Luigi-Coins, ne? Merkt ihr selber Chocolate Nom 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 Ich brauche jetzt unbedingt ne Sahnespitze Und damit verziehe ich mir meinen Senf Mit Senf Oh, Senf mit Senf ist auch geil Oh yeah, Baby Maddy, du hast ja... Maddy, du hast es vergessen. Nein, ich wollte es einfach nicht mitnehmen. Fugtisch. Warte mal, kann ich jetzt nicht wechseln? Nee, kann ich nicht. Was sind das eigentlich für Steckrüben hier? Das ist lecker, Steckrüben mit Zucker, oder was? Bäh! Das schmeckt doch niemandem. Ihr geht, ihr geht, ihr geht. Oh ja. Nee, dann... Ihr verliert... Hallo? Wollt es auch mal ein bisschen nett sein hier? Äh. Oh ja. So, jetzt haben wir es. Darf ich es sicher? Ja, ist sicher. Ist Schokolade! Wie kann man Schokolade immer nicht vertrauen? Maddy, denke mal, nee. Man muss Schokolade immer vertrauen. Habt ihr gesehen, wie ich den noch weggeflasht habe? Ich habe hier meine Superlaser und keiner kann was dagegen machen. Slaughter und wegen Schießerei. Oh ja, das ist wie in der Südstadt hier. Ach, guck mal, so Candy Cane-Röhren. No, mein Cookie! Help! Mein Mous ist going to eat my Cookie! Ope, heet! Please, retrieve my Cookie, bevor you eat it! Nee, nee, nee. Das ist wieder so ein Rays. Ach, Gourmet-Rays soll das hier sein. Ah! Oh Gott, das haben wir ja... Das ist ja im Prinzip wie das davor. Oh, also wirklich. Zum Glück hat diese Maus kein... Wie nennt man das? Rubberbanding? Wenn die Maus jetzt zum Beispiel immer so ein 2 Meter hinter mir ist, nur damit man das schwierig macht und keinen Vorsprung erwirtschaften kann. Ne, da kannst du einmal schön in Führung gehen und dann können die Maus dir auch mal an die Füße fassen. Guck mal, Cookie gekriegt? Perfekt. Weg mit der Ratte. Die kommt jetzt in die Suppe. Schön mit Käse überbrangen und dann schön auflaufen. Ja, so essen Kinder auch ihren Brokkoli. Das ist... Ich bin das beste Beispiel. World's dry. Okay, was ist hier? Beware of falling objects above. Also take note of any enemies lurking inside bushes or the forest floor. Das ist jetzt hier wieder so ein... I ain't having that shit. Falling objects. Enemy in bushes. Guck mal da. Na, der Lachsnacken da. Hat er's gesehen? Wie er geguckt hat? Hehehe. Ich bring euch alle home. Ich bin ein Lucky 2 verschnitt. Das ist aber auch so Beta-Lucky 2. Das ist so der Schlechtere von beiden, der keine eigene Wolke gekriegt hat, weil es so blöd ist zu fliegen. Ja, so ne Leute. Mit denen muss ich mich hier auseinandersetzen. Das ist echt komplett unter meiner Würde. Das kann man leider nicht essen. Oh, das fand ich ja im Original schon so geil. Öh. Da ist er. Guck. Nom, nom, nom. Öh. Öh. Ich glaube, ich bin am besten damit bedient, wenn ich hier jetzt nochmal einen Stern auskackele. Ja, bin ich. Wow. Slowdown of Doom. Ja, geil. Jetzt hier, genau. Jetzt gibt's hier ne Tür. Da kann ich... Was? Was ist denn jetzt los? Achso, ich hab nur noch null Münzen. Why so ever. Ja, nur so. Ich sag jetzt, Schaf lügt. Ich sag null, null Dingsis und deswegen ist... Muss ich die jetzt alle mitnehmen? Ist ja meistens so, wenn's hier noch so einen neuen Levelabschnitt mit irgendeiner neuen Währung gibt, dass man da sich bedienen muss mit beiden Händen. Ah. Damn Slowdown. Yeah. Nee. Oh Gott Ist das hier ein anstrengender Mist Aber ich krieg's hin Ich bin gut dabei Perfekt läuft Dann haben wir hier nochmal zwei Gems Und einen fliegenden Yoshi Der mir gerade ziemlich auf den Zeiger geht Oh mein Gott Wie viel muss ich denn davon sammeln? Wahrscheinlich gar nichts Und ich mach mir hier Stress ohne Ende Aber für nichts wieder Ja nicht das erste Mal Der letzte Pickup den ich gegessen hab Der liegt ein bisschen quer im Magen glaube ich Ich war wieder bei Balzen im Lagerverkauf Und hab mir wieder Nicknacks geholt Also das ist ja 50 50 sag ich doch Hier musst du abgreifen Das ist deren Regel hier Ja ja Guck mal hier Midwaypoint Die sind ja cool an Jetzt hier noch so ein Dungeon oder wie? Äh Hauptsache ohne Yoshi, ne? Jojo Dungeon ist immer ohne Yoshi Das ist ja vielmehr Das gibt's doch nicht Uah Ja 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 Machen wir hier nicht so lange Essenzeitig Hier durch Du da drüber Komm du auch Jojo Läuft gerade irgendwie, ne? Wow Das ist ja beinahe ein Labyrinth hier Oh ja genau Lass mich nicht durch hier Ich glaub das ist besser wenn ich das Teil mit habe Dann könnte ich hier so durchfletschen Oh geil Süß immer Und ihr dachtet das würde nix werden Hier mit dem Medbaron, ne? Ihr dachtet der wäre Hey, du bist gut, du bekommst mir mein Cupcake von oben da Was? Hörst du weg, du Was? Ich kann es mir selbst erreichen, aber hurry, ich bin wirklich verdammt Ach ja, natürlich Ach du geiler Scheiß hier Ja Ich brauch so ne kurze Eingewöhnungsphase in diesem Spaß hier Oh Oh ja Hehe Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich das gerade abfeier Ah Ich mag's irgendwie Das ist eine gute Idee Oh Boah Aber die Dynamik von diesen Sprüngen hier Die ist mal ganz anders Ist das ein Cupcake? Ja, das ist ein Astral Cupcake So stellen wir dir ein Cupcake vor Bitter schön Hier, direkt ins Gesicht gedrückt Jetzt hat er ihn wieder Ist glücklich Kann ich den nochmal hauen? Ne, guck mal, das ist eine unsichtbare Wand Ist die auf beiden Seiten? Hallo, Mario Mario Ja, dieser betrunkene Klempner Ja, guck mal, die ist auf beiden Seiten Cupcakes geben eben Spawnschutz Und unsichtbare Wände und all so ein Blödsinn Ja, das geben die Die sind Klasse Ich hätte gerne auch jetzt was zu essen Irgendwas mit Fleisch, Käse überbaken oder sowas Fancy Surprise zum Beispiel So, jetzt hier rein Hallo Und was ist hier? Hier muss es auch wieder irgendwelche Schikanen geben Wie schafft man es, so viele Slowdowns in einen Hack zu basteln? Ist das wegen der zitternden Äpfel hier? Wahrscheinlich Da müsste er sich nochmal Gedanken darüber machen Ah, den wollte ich nochmal einen mitgeben Habe ich aber nicht hingekriegen Schade Ein Yoshi Haus Geht's da rein? Hallo? Yoshi Hä? Was? Äh, was? Ne Ne Ja, sag ich doch Da geht's rein Mein Computer Wir sind jetzt Digital Meine Fresse Wie geil ist das denn jetzt? Ich find da gerade keine Worte für Was ist das denn für geiler Scheiß? Oh ja Oh ja Oh, das sind so Momente Wo ich mich freue Dass ich hier mit so Mario Hacks angefangen habe Oh, meine Fresse Ist das ultra Obwohl ich jetzt hier gerade nicht hochkomme Ach, guck mal Da kann man sie Ah Dafür ist es da Das macht ja irgendwie Sinn Bei so Scrollballs Äh Dann machen wir es so rum Jees Ich laufe einfach mal mit dem Bullet Bill Ach, Leute Wie kann man das nicht abfeiern? Ich mach's nochmal von vorne Weil ich gestorben bin Weil ich doof bin Ich wollte es mal wieder zu Alles wollte ich Alles auf einmal Das geht natürlich nicht Dann nur hier Ach, das ist einfach nur geil, Leute Oh Ich laufe einfach mal mitten durch Dann haben wir auch mehr davon Wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, es ist ja Das Set gibt's wahrscheinlich irgendwo bei SMB Central zum Download Aber Es ist ultra geil Ups, forgot to turn on my Antivirus Oh, jetzt geht's hier los Virus detected Initiating Security measures All threats will be eliminated Bin ich ein Threat hier oder was? Hi Oh Gott Das will ich aber nicht Kaspersky Du kannst mir mal an den Füßen Das will ich nicht Das will ich ja da keinen Norton Dann wäre ich jetzt nämlich schon tot Oh, geil Wie kommt man auf so eine grandiose Idee? Wie? Ehrlich jetzt, Leute Das ist Mir so ein bisschen Ich find's ultra super Wow Das sind Pokis Firewall Pokis Hab, hab Bin um Oh, nochmal Ist das nochmal das gleiche? Nee Oh ja Das brauch ich jetzt Oh, die Maus Uiuiui Ich kann mich aber jetzt noch nicht so wirklich an die Optik Hier gewöhnen Ich weiß jetzt noch nicht Wirklich, was hier was ist Aber mit dem Stern Durch Diese Welt zu rennen Ist echt Eines der schönsten Dinge Die man hier so machen kann Oh, ja Es ist Ich weiß nicht, was ihr von dem Hack haltet Ich find ihn teilweise ein bisschen unausgereift Aber die Ideen sind schon ziemlich geil Was war denn jetzt los? Hab ich das gehört? Oh, wär ich jetzt ein bisschen schneller gewesen Hätte ich, glaub ich, noch einen Stern abgreifen können Aber dann machen wir das eben ohne Ja! Hier noch, ne? Scheiße, jetzt muss ich den Mist hier alles nochmal machen Das ist schon ein ziemlich langer Level Aber das ist nicht schlimm Dann machen wir das eben zweimal Die Part ist auch schon mit Absoluter Überlänge beflastert Aber das ist Ihr mögt es ja Überlänge ist ja nie So wirklich schlimm So wirklich schlimm Ich save mich jetzt mal durch Damit wir das relativ schnell hier fertig kriegen Obwohl ich nicht glaube, dass ich allzu viele Safe States brauchen werde Doch werde ich schon brauchen Weil ich gerade wieder so unkonzentriert werde Weil ich gesagt habe, es gibt Safe States Das ist wie so, wenn Mama sagt Ja, es gibt Spaghetti Dann ist jeder unkonzentriert Komm jetzt runter dann Komm runter, Bulle! Ich will die Welt! Da ist er ja! Der Hühnerschrecker Der Hühnerschrecker Die wäre ich uneingespitzt Und Bones dampfen Mal gucken, ob das hier ein bisschen besser geht jetzt Ich versuch's einfach mal Ich bin ein Malwurf und ich hab keine Freunde Oh ja Biss Wow Nee Das ist eine schwierige Szene hier Ist da der nächste? Nee Da war der nächste Das muss ich so schnell wie möglich machen Das geht hier nämlich gleich noch weiter Aber da hab ich hier selber verkimmelt Und zwar Hier müsste dann der nächste Stern drin sein Glaube ich Das sah mir zumindest gerade so aus Oh Mario oder Luigi, was sind wir denn? Mario Hi Ah Who are you And what were you doing inside my computer? Mario? You're Mario And what are you doing here? Her My computer sucked you in And attacked you? Well good I'm glad Perhaps That will teach you Not to trespass Unto other people's property Now Get out of my house Ist hier noch Luna Yes Und Eine Bubble Wir werden jetzt mal ganz kurz ins nächste Level gehen Um zu gucken Ob da jetzt schon was steht Wenn ja Dann machen wir es beim nächsten Mal Wenn nein Dann Ne Haben wir einmal Überlänge Ist auch schön Nicht schön für mich Aber Schön für euch So was ist hier Hi Here's a dead end I haven't edited the rest of the special world yet Hopefully I can recover my data and finish this hack later on Ja da scheint es irgendwie so ein PC Crash gegeben zu haben Und deswegen brauche ich jetzt noch ein bisschen länger Na ist egal Ich danke euch fürs Zusehen War ein schöner Hack Hat mir gefallen Vor allem der letzte Level war super grandios Wir sehen uns beim nächsten Projekt Was auch immer Macht es gut Tschüss